Die Lehrlinge liegen der Salzburger G besonders am Herzen. Deshalb öffnet sie normalerweise jedes Jahr am Tag der Lehre ihre Tore und gewährt Interessierten Einblicke in die unterschiedlichsten Lehrberufe. In diesem Jahr kann der Tag der Lehre leider nicht wie gewohnt stattfinden. Wir haben uns aber Alternativen überlegt. Wir wollen mit den Bewerbern interaktiv in Kontakt treten. Dazu wird es verschiedene Termine geben, die dann auf unserer Website veröffentlicht werden, wo man auch alle weiteren Informationen zu den Lehrberufen findet. Auch auf den Social Media Kanälen sind wir natürlich präsent und werden alle Informationen veröffentlichen. Und natürlich läuft 14 Tage lang eine Sondersendung zum Thema Lehre, Bewerbung und so weiter in unserem Salzburger G TV. Bei der Sondersendung auf Salzburger G TV wird Markus Wirtbauer Lehrlinge und Ausbildner aus den unterschiedlichsten Bereichen treffen und sich die einzelnen Lehrberufe ganz genau anschauen. Wer es verpasst hat, kann es natürlich jederzeit im Nachhinein auf unserem YouTube-Kanal der Salzburger G. anschauen. Alle Infos zu Lehrberufen finden Sie wie gewohnt auf www.salzburg-ag.at. Slash-lehrer deze Video